Die Influencerin Romina Palm liegt im Krankenhaus. Das teilte sie gestern ihren knapp 900.000 Followern in ihrer Instagram-Story mit. Die durch Germanys Next Topmodel bekannt gewordene Influencerin zeigt auf Instagram viele Eindrücke aus ihrem Privatleben. Dazu gehören scheinbar nicht nur die positiven Momente, denn Romina lässt ihre Fans auch an den schweren und negativen Zeiten teilhaben. Auf ihrem Bild in der Instagram-Story sieht man Rominas Arm an einer Fusion. Zudem verrät sie, warum sie überhaupt im Krankenhaus liegt. Der Grund, weshalb heute nichts von mir kam. Ich hatte gestern einen wunderschönen Abend, bis ich plötzlich einen anaphylaktischen Schock bekommen habe. Das zweite Mal in meinem Leben mit den gleichen Symptomen, erklärt Romina Palm. Der 24-Jährigen scheint es jedoch wieder etwas besser zu gehen. Das Team hat sich bestens um mich gekümmert und auch jetzt hier im Krankenhaus werde ich bestens versorgt, betont die Influencerin. Wir wünschen ihr eine schnelle Genesung.